So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play, Assassin's Creed Syndicate. Hm! Sammelt die Leute. Waffen, Motoren und bessere Zubehörbeauswahl. Drücken Sie F2 natürlich, um das in den Tag zu gelangen, um bessere Ausrüstungsstücke zu kaufen und auszurüsten. Sie können Ausrüstungsgegenstände verbessern, um Ihre Statuswerte zu verbessern und alles aus Ihnen herauszuholen. Ja, natürlich. Da waren wir schon vorher drin. Also, wir haben das bekommen. Das tun wir mal benutzen. Upgrade. So. Das können wir jetzt ab sofort kaufen. Das ist schön. Wir brauchen keinen Händler dafür. Das finde ich ganz, 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 ganz schön. Das nehmen wir jetzt auch. Schön. Ausgelustet. Aber diese Stöcke sind gar nicht so schlecht, weil mit denen kann man eigentlich ganz gut abwehren. Und vor allem haben die auch eine viel, viel Quere. Na logisch, ich muss ja jetzt erst wieder hoch. Ja, los, los, kick ihn runter. Oder auch nicht. Oh, was war das? Ein Nachlader-Demmik, oder was? Zack, punch, zack, zack, punch, zack, punch, zack, punch, zack, ding, ding. Oh, komm, komm schon Geräusche. Oh, oh, jetzt greift er an. Oh, oh, da war heftig ein Schlachtdruck. Nein! Was wäre, wenn ich jetzt tot wäre? Aber Evi kommt, um die Rache zu nehmen. Boah, das wäre krass. Nee, das hat ja schon mal jemand gemacht. Wer war das nochmal? War das Ezio? Nee, ich weiß es nicht. Irgendwann hat Rache genommen. Irgendein Assassiner ist über sich gekommen und hat Rache genommen, obwohl das nicht zum Credo gehört. Wo war das an? Ich weiß es gar nicht. Darum braucht er dafür jetzt so einen riesen Nachlader, ey. Okay, los geht's. Oh Mann! Aggression! Ah, hinterher rennen. Los! Jetzt alles wieder von vorne, das ist total traurig. Hui, hopp. Komm her. Nein! Was ist passiert? Nein! Nein! Was ist das denn jetzt? Das ist doch scheiße! Das ist doch dumm. Ey, das ist ja echt dumm. Ne, oder? Jetzt... Oh, das ist jetzt nicht euer Ernst. Warum fällt er da runter? Ich meine, ich habe ja noch gesagt... Ich habe gar nicht E gedrückt. Egal. Da sind ja da auch noch Staub. Ich habe ja noch mal einen Ladebalken, ich kriege zu viel. Hispanisch ist ja so richtig. Ah, jo, los du da hin. Los. Er kommt sich nicht in einem Stück raus. Ich würde dich gerne aufsetzen. Hast du dein Testament schon gemacht? Jetzt kann ich ihn erwischen. Ich kämpfe aber nicht. Ich bin Sport gefreut. Ah, ich denke, ich hätte so machen können, dass er seinen anderen kickt, ja? Ah, scheiße. Ich bin Sport. Der ist immer vorreichend. Das ist ein Zack. Oh, ich hasse Swinney. Warum hat er so Nachlader? Das ist ja echt eklig. Ja, ich hab's schon gesagt, ich krieg die. Ah, so viel geht es nicht. Lalalala. Weiter geht's. Und zwar jetzt. Okay, also das Spiel hat an der Stelle noch ein paar Bugs, muss ich leider sagen. Zum Beispiel dieses Weltnachlader. Du stehst auf dem Zug, auf dem hast du so Hänger, ne? Wo er die Welt kurz nachlädt, das ist bescheuert irgendwie. Hat nichts mit der Kravika zu tun, sonst würde es sonst was anderes sein. Auch nicht mit der Festplatte, das stimmt halt was nicht. Da haben sie, na, vielleicht hätten die gedacht, oh, die Leute sind doch so gut, die haben doch bestimmt vorher den Typen schon gebracht, bevor die da überhaupt... Ja, ist aber schon... Die Templer. K-Log ist tot! Whitechapel ist nicht länger in der Hand der Bleiters! Jetzt habt ihr die Gelegenheit, euch uns anzuschließen. Wir begrüßen jeden, der sich gegen Staric und seine Handlange erhebt. Das kann aber auch noch hinten, weil das gehen, ne? Willkommen bei den Rooks! Oh, ihr Bastarde, ich werfe mich lieber selbst vor den Zug, als Bertha noch eine Meile für diesen Dreckscar zu fahren. K-Log? Der ist schon abgefahren. Ach ja? Hat man da noch Töne? Und wer seid ihr zwei... Ich bin Evie Fry. Und mein Bruder Jacob Fry. Sehr erfreut. Ich bin Agnes McBean. Entzückend. Ah, ich dachte schon, ich werde befördert. Und jetzt bin ich wohl arbeitslos. Dann arbeite doch für uns. Ah, da scheißt doch einer die Wand an. Zahlt ihr mehr als Küchenabfälle? Ah, ich denke, das schaffen wir gerade so. Dann präsentiere ich euch Agnes und Bertha, Lady und Lokomotive, zu euren Diensten. Ich bin dann im nächsten Wagen. Ein Versteck auf Schienen. Welche großartige Idee. Ja, es ist wirklich erschienen. Läufen. Wo es uns aus der Scene vorzieht. Wo ist Greeny hin, Alter? Hä? Warum ist der unsichtbar? Und warum... Ich hab doch gesagt, das Spiel ist doch noch gar nicht so richtig... Aber da fehlen noch so ein paar... Naja. Ja, aber warum hatten wir jetzt so eine Halle, Alter? Warte mal kurz. Ich wollte mal kurz gucken. Aha, okay. Hier wird dann eine nächste ausguckt. Das heißt, ich müsste mich... Aber ist doch eine relativ große... Wenn es so lang dauert, ne? Okay. Ich glaube... Bewege dich mal ein bisschen frei. Ein bisschen frei. Interagieren. Ach, Gänger, Craig. Oh, verbessern. Medizinmarkt. Geil. Insider. Crawler, boom. Erhöht die Beliebtheit des Crawlers. Alten Sinn. Was für mich? Schwarzmarkt. Ah, das ist auch nicht schlecht. Äh, das ist eine... Oh, ne. Ist jetzt alles zu teuer jetzt, ne? Schade, schade, schade. Okay. Hey, Mr. Mr. Green. Spielt ihr Poker? Nein, tun wir nicht. Wir spielen hier Assassin's Creed Syndicate. Okay, Mr. Mr. Green. Oh, alter Matomaya. Dschunga. Ah, drei Minuten haben wir noch. Ich glaube... Wir machen den Part ein bisschen kürzer, aber... Wir hätten nichts dagegen, ne? Ja. Wir haben, äh... Westminister. Hä, warum soll ich jetzt mich da unten beför... Hä? Lol, wir sind auf einmal hier unten. Ah, wir können jetzt von Bahnhof... Kein Bahnhof. Ähm. Okay. Ich... Jetzt bin ich wieder... Hä? Bewegt sich der Zug auch hier? Leute, bewegt sich auch wirklich hier synchron auf der Map? Schaut, der ist jetzt weg. Und jetzt ist der hier unten. Sehr cool. Ha, ha. Okay. Äh, wir bleiben hier den Part, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Part. Tschö. Ja, wie geht's denn mit dieser Bilge? Ja. Wie geht's denn mit ihr? Untertitelung des ZDF, 2020